Es gibt hier eine gute Nachricht, denn die Reihbahnautomaten, die stationären Reihbahnautomaten akzeptieren jetzt auch Die Reihbahnautomaten sind schon seit Monaten möglich und dann kann man eben auch die Nachricht zahlen, was vor wenigen Wochen noch nicht möglich ist Und da will ich einfach Tropfen der Reihbahn, Tropfen der Reihbahn, was sie hier nachgerüstet hat, dass sie eine Silaser nachgerüstet hat und das ist gleichzeitig wohl auch ein so ätziges Gläser Genau, hier kann man eine Schubkarte nehmen Bitte lehnen Sie die Schubkarte auf das Gläserät, direkt auf diese Gläserät, das ist ein kombinierter Laser Bitte lehnen Sie die Schubkarte auf das Gläserät, das ist ein